Monta hat ein Statement abgegeben, meine Freunde, zu Shuyokas Tweets gegen ihn. Bei Shuyoka geht er richtig viel ab. In letzter Zeit, ich hab das gar nicht so wirklich mitverfolgt, außer dass eine gewisse Person gebannt ist. Deswegen darf ich sie in dem Stream nicht erwähnen. Werde ich auch nicht machen. Ich werde dann natürlich die Twitch-Regeln respektieren. Falls da irgendwo die Person zu sehen ist, dann werde ich sie leider überdecken müssen. Aber ich bin der E-Schneider, oder? Ich bin der E-Schneider. Da hat die nicht, danke. Dann wollen wir uns nochmal mit ein paar Dingen beschäftigen, okay? Oder diese alte Musik. Meines Wissens stand es das erste Mal sein, dass ich von mir aus zu Shuyoka etwas sage. Ach so, das ist jetzt blöd wegen dem Chat. Ich move euch hier rüber, okay? Hier ist das Swaggy-Chat, hier ist der Okayer-Chat. Versteht mich nicht falsch. Ich hab schon oft über Shuyoka etwas gesagt, aber es war immer eigentlich auf eine Reaktion zu einem Video. Ich hab noch nie so wie jetzt von alleine etwas über Shuyoka gesagt. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Und bevor wir da jetzt reinsteppen, ich verbiete mir disrespektvolle Nachrichten, Beleidigungen von euch im Chat. Und ich verbiete mir und weise auch nochmal darauf hin, wenn ihr mit Shuyoka nicht eine Meinung habt, so wie mit einigen Dingen auch vielleicht von mir, dann könnt ihr natürlich, und das ist euch frei überlassen, auch einer Shuyoka eine Nachricht schreiben. Oder auch mir eine Nachricht. Diese Nachricht sollte aber weder Beleidigungen oder andere Dinge beinhalten, sondern wirklich sachliche Kritik sein. Auf jeden Fall. Ich hab grad große Hoffnungen, muss ich ehrlich sagen, in das Video von Montevideo. Das letzte Statement war ja wirklich, und das haben so viele Leute geschrieben, war so gut und war so reif im Vergleich zu dem, was vielleicht jetzt Montevideo von, I don't know, 2017, 2018, 2019 gemacht hätte. Oder ein sachlicher Meinungsaustausch. Alles andere, was von dem abweicht, distanziere ich mich natürlich von und verbiete ich mir auch. Das ganze Thema hat eigentlich wieder angefangen und da werd ich direkt mal reingrätschen, weil das ist auch ein Grund, warum ich überhaupt da jetzt so im Stream drüber rede. Und zwar, das alles interessiert mich jetzt hier gerade nicht. Sie hat einen Tweet-Marathon gemacht, das ist ja auch ihr gutes Recht. Okay, die hat echt viel getweetet innerhalb der letzten Tage. Bevor ich euch den Clip hier zeige, zeige ich euch nochmal ganz kurz. Diesen Ausschnitt hier. Ich bin vor zwei Tagen bei Shoyoka in den Stream reingegangen. Ich bin bei Shoyoka zu dem Zeitpunkt noch nicht gesperrt gewesen und hab ihr reingeschrieben? Moin. Karinimi spendet 5 Euro auf entspannten Johannes. Jo, dankeschön, dankeschön. Wir gehen kurz ein bisschen rein ins Video und dann schau ich auf Kofi. Da geht immer besser. Wie steht's? Ohne Emote, ohne Sarkasmus oder Sonstiges. Das wurde ignoriert. Dann hat sie über mich geredet. Also, ignoriert meine ich mit. Sie hat es ignoriert im Sinne von, sie hat nicht drauf geantwortet. Hat sich dann aber darüber aufgeregt, dass ich jetzt gerade wieder bei ihrem Stream bin und wie könnte ich nur bla bla bla. Hat sich darüber aufgeregt, dass ich in meinem Stream gesagt hab, dass sie sich auf Knien vor mir entschuldigen soll, was offensichtlich ein Joke war. Also, den Joke muss sie natürlich nicht feiern, denn Humor ist ja unterschiedlich. Aber... Ich versuche mich so wenig wie möglich zu bewegen, aber ein bisschen muss ich... Das war ganz offensichtlich ja ein Joke. Also, der Joke fing damit an, dass ich gesagt hab, Shuyuka, du kannst dich bei mir entschuldigen, wenn du im Stream zu mir sagst, Monte Abi, es tut mir leid. Also, spätestens da sollte man ja eigentlich schon realisieren, dass das eher ein Spaß war. Es war offensichtlich ein Joke, aber gut, vielleicht ist der Joke nicht angekommen, dann tut's mir leid. Ich fand ihn trotzdem lustig, für mich persönlich ist es halt mein Humor gewesen und über Humor lässt sich ja bekanntlich streiten. Dann hat sie sich darüber aufgeregt, dann hat sie sich darüber aufgeregt im Stream und dann hab ich geschrieben, dann lass uns doch mal privat reden und uns die Hände reichen. Ohne Emote, ohne irgendwas, ohne Ironie. Erwachsen, würde ich sagen. Dann hat sie wieder darüber geredet. Oh, wie könnt ihr und seit Monaten hier. Das mag alles sein. Also, ich kann ihr nur vor den Kopf schauen, nicht in den Kopf. Und dann hat sie aber aus meiner Wahrnehmung wieder die Opferrolle gewählt und ist auch gar nicht darauf eingegangen, dass man sich mal trifft und sich die Hände reicht. Ich verstehe auch gar nicht, warum. Also, sie kann ja machen, was sie möchte, aber mit einem Monte, du musst ja nicht mal cool sein. Du musst halt nur dich verstehen können, musst dich nur vertragen können oder sowas. Weil natürlich ist es so, dass wenn du als Streamer oder als YouTuber mit jemand anderem cool bist oder der halt einfach sehr nett zu dir ist, dass du dann vielleicht bei dem, wenn du über den redest, so ein bisschen sanfter bist. Weißt du, was ich meine? Ich kenne jetzt zum Beispiel, ich weiß, wer Monte ist, so, aber ich habe noch nie persönlich so mit ihm getalkt. Ich habe zum Beispiel persönlich getalkt so mit einem Elotrix oder so und das ist für mich so Kindheitsteil und sowas und deswegen wäre da so der Unterschied, so, ich könnte Monte kritischer gegenüberstehen, weil ich nicht diese Connection habe. Und das machst du vielleicht unterbewusst. Aber eben, wenn du jetzt als Shriyoka dich mit einem Monte verträgst und sei es nur, yo, danke, dass du mir das angeboten hast, ey, ich weiß, wir, keine Ahnung, du hast da öfter mal auf mich reagiert und ich habe Hate wegen dir abbekommen und sowas, das ist, wie er gesagt hat, das ist ja alles true, aber es heißt ja nicht, dass es für immer so weitergehen muss und dass es nicht irgendwo ein Ende finden kann. Und ich glaube auch, dass Monte in gewissen Sachen sich für gewisse Dinge entschuldigt hätte, also es ist ja nicht nur, yo, Shriyoka, du hast jetzt die Möglichkeit, dass du dich mit mir verträgst, sondern ey, lass mal kurz reden, vor allem privat reden, das ist ja nicht nur, er kommt ja nicht in den Stream, um hier die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, so, yo, komm, lass jetzt Live-Gespräch machen oder so, das finde ich schon in Ordnung. Ein paar Sachen noch geschrieben, Opferrolle ist die beste Rolle, die du spielen kannst, bla, 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 spielt alles keine Rolle mehr für den Kontext her. Am Ende wurde ich halt in einer Konversation von ihrem Mod, von ihrem Mod gebannt und ihr O-Ton war dann, ähm, im Übrigen, ich lade dich auch auf kein Event von mir ein. Wo ich mir dann denke, Bro, bin ich hier gerade im Kindergarten gelandet, Alter? Also, also auch da, liebe Shriyoka, wenn du nicht wirklich realisierst, dass es offensichtlich ein Spaß ist und dass ich einen Teufel tun werde, weder dich noch Freiraum, Reh, zu dem Event von mir einzuladen, gut, vielleicht ist unser Humor unterschiedlich. Was ist überhaupt dieses Monte-Event, worüber alle reden? Ich bin auch nicht eingeladen. Das ist auch okay. Naja, ich wollte... Ich weiß auch nicht, ob ich gekommen wäre. Also, no front, nein, ich wäre gerne dabei gewesen und sowas, nur ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Ich habe dann, äh, bei ihr im Stream gebannt, das ist ja ihr gutes Recht, das können sie ja machen, wie ihr seht, ich habe respektvoll geschrieben, beziehungsweise habe eine Diskussion geführt, eine Konversation geführt, die dann mit einem Sperma-Bann belohnt worden ist, ist kein Problem, dann ist das halt so. Ich habe, wie gesagt, auch hier versucht, einfach mal auch nochmal das private Gespräch zu suchen. Aber was für ein Speedrun auch, ne, acht Minuten, nicht schlecht, nicht schlecht. Imagine, du bist halt der Mod, imagine, du bist der Mod und banst einfach fucking Monte. Heute habe ich richtig viel Volumen in den Haaren, oder? Soll ich das schauen? Joko und ich keine beste Freunde werden, das ist klar, die Kloßbrühe, aber irgendwo muss das doch mal aufhören. Eben, also Dara ist zum Beispiel, da muss ich auch sagen, Dara ist zum Beispiel auch mal auf mich zugekommen und hat gemeint so, yo, wir können entweder ein Live-Gespräch machen oder wir können privat so kurz talken und sowas, dann wollte ich privat mit ihm talken und er wollte das dann irgendwie on-stream machen und sowas und dann habe ich gesagt so, nee, das mache ich nicht und so, aber, ja, keine Ahnung, so Leute wie Dara und sowas, weißt du, das sind Leute, über die machst du dich lustig, aber die sehen trotzdem, die differenzieren trotzdem zwischen dir, der Internetperson und dir, der Privatperson und das, das musst du auch mal machen. äh, Mo, danke, 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 man sieht ja auch einer Shoyoka an, dass es ihr nicht so gut geht und ich habe sogar Mitleid mit dieser Person, obwohl sie aus meiner Wahrnehmung so viele komische Sachen im Internet gesagt hat und so viele L-Takes gebracht hat und das, Error 310 spendet 5 Euro auf entspannten Johannes. Error, Dankeschön, wie gesagt, ich gehe gleich auf Kofi, ich lasse noch kurz den Satz fischen. Um sie als Person wurde ja nicht immer weiter angefacht, weil neue Dinge aufgedeckt worden sind, sondern die Sachen, die Unruhen um sie als Person sind ja immer wieder entstanden, weil sie immer wieder, zumindest für die meisten von uns, komische Sachen im Internet gesagt hat und das Ganze ist dann geendet mit, dass sie, achso, ich muss hier nochmal als Kontakt. Ja, es sind vor allem andere Leute, die irgendwas Neues über sie aufgebracht haben. Weißt du, was ich meine? Da war ein Talking Point, da hat jemand anderer ein Video darüber gemacht, also jemand aus der Woken Bubble, dann hat man sich halt quasi darauf so ein bisschen, ja, aufgegangen, vielleicht maybe sogar. Karibimi, die erste 5 Euro Dono, Kaiser plus Kaffee plus Häkeln. Oh, Alter, G-Moment, G-Life, danke dir für die 5 Eugen. Und Error schreibt, Hallöchen, ihr seid nice Leute, bin heute das erste Mal live dabei und lass meine süße Spende da, danke schön, danke schön. Schmeckt sehr süß, schmeckt sehr süß, die 5 Euro. Hoffentlich so süß wie der Kaffee. Dann hab ich geschrieben, kannst mich ja auch hier bannen wie auf Twitch, wenn du damit ein Problem hast. Da ging es darum, dass sie dann gesagt hat, sie hätte, also dass es sie stört, dass ich bei ihr gerade den Chat reinschreibe, so mäßig. Hier war dann halt Autokorrektur, beziehungsweise ich hab mich vertippt. Ich meinte Twitter, weil ich ja auf Twitter gebannt bin, also eigentlich sollte es heißen, kannst mich ja auch hier bannen wie auf Twitter, wenn du dann damit ein Problem hast. Dann hat sie da übelst irgendwie ne Show gemacht, äh, wie kann ich dich denn hier auf Twitch spannen? Du bist hier der Gott und bla und niemand sagt was, weil alle Angst vor dir haben, so mäßig war ihr O-Ton. Ich hätte auch gerne mich sofort korrigiert, aber ich musste 45 Sekunden warten, bis ich eine neue Nachricht in ihren Chat reinposten konnte. Und dann hat sie gesagt, soll ich dir sagen, warum ich dich gebannt habe auf Twitter? Weil ich von dir nen Clip gesehen hab, wie du Frauen belästigt hast, wie du Frauen auf Malta hinterher gegrunzt hast. Deswegen hab ich dich gebannt, weil ich nicht mit dir interagieren wollte. Und das hat für mich keinen Sinn. Das ist dieser Ui-Memo-Clip, oder? Das war auf Malta? 2.19 hat er gesagt? Hat er irgendwas gesagt? Also klar, also wenn das so der Grund dafür ist und sowas, dann, äh, sie kann tun und lassen, was sie möchte. Ich kann auch einfach random jetzt Monte blockieren. So, ich mein, gar nicht wirklich viel Sinnhaftigkeit und sowas. Die Frage ist halt nur, ist er jetzt länger blockiert oder ist sie jetzt erst darauf aufmerksam geworden, an wer Monte ist und hat dann so recherchiert und hat dann gesagt, ah nee, kein Mensch, mit dem ich was zu tun haben möchte, weg mit dem. Sinn gemacht, weil ja, das, was ich damals gemacht hab, war absoluter Quatsch und im Gegensatz zu dir, liebe Shuyoka, ist das erstmal drei Jahre her und seitdem ist es nicht mehr vorgekommen. Das heißt, ich hab einen Fehler gemacht, dafür hab ich gebüßt, im Sinne von, ich hab eine Twitch-Sperre gehabt und ich hab dieses Verhalten nicht nochmal wiederholt. Das heißt, das alles, was ihr immer von den großen Influencern erwartet, die Selbstreflexion, den Fehler einsehen und nicht nochmal machen, das alles hab ich gemacht, was man von dir in einigen Situationen nicht behaupten kann. Und es macht auch gar keinen Sinn, dass du sagst, du hast mich gesperrt, um nicht mit mir zu interagieren. Ich hab diesen Clip nie gepostet. Das heißt, du hast diesen Clip gesehen und das ist auch okay, aber du hast trotzdem in deinem Stream Unwahrheiten gesprochen oder es falsch ausgedrückt, du hast nicht den Clip gesehen und bist auf mein Profil gegangen, hast mich gesperrt, weil der Clip von mir war. Du hast diesen Clip gesehen und hast dir wahrscheinlich gedacht, öh, dieser, dieser widerliche, den bann ich jetzt, aber zu sagen, du hättest mich blockiert, damit du nicht mit mir interagieren musst, macht keinen Sinn, weil die Clips kriegst du trotzdem vorgeschlagen, weil ich hab sie nicht gepostet. Aber ist auch nur ein klein... Macht man das einfach so? Blockiert man einfach präventionsmäßig irgendwelche Leute, die man nicht mag? Also so jetzt, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich, keine Ahnung, den mag ich nicht. Roland Trettl, kennst du den? Das ist dieser, boah, der Roland, äh, ich mein, Roland Trettl, das ist der von, von First Dates. Ich weiß nicht warum, ich find den unfassbar unsympathisch, okay? Ich hab damals immer First Dates geschaut, ich mag ihn einfach überhaupt nicht. SS, na, er ist überhaupt nicht mein Typ. Soll ich ihn jetzt blocken? Ist ja auch vollkommen... Roland, wenn du das siehst, ha? Komm, komm zu mir in Twitch dann. Dann hab ich ihr halt geschrieben, das löst auch das Problem, das löst auch das Problem, der Clip ist ja nicht mal von mir gepostet, und dann hat sie sich wieder in die Opferrolle gedrängt und dann wurde ich halt gebannt und daraufhin hat sie dann nen Tweet gemacht, warum hast du mich auf Twitter blockiert? Grund, äh, 3812. Ihr müsst jetzt wirklich starke Nerven haben. Jetzt bin ich gespannt. Ihr müsst jetzt wirklich starke Nerven haben, weil das ist so weit weg von der Realität, dass es mir wirklich schon Angst macht. 3, 2, 1. Chuyoka hat nichts in der Kategorie zu suchen. Nichts, auch rein gar nichts. Und dass sie dort drin ist, zeigt einfach, wie linksversifft auch mittlerweile hier diese ganze Szene ist, ist widerlich. Es klingt einfach nur noch ab. Sollte sie sich diesen Preis, hätte sie den gewonnen, hätte sie sich auf die Stirn kleben sollen und damit durch die Stadt laufen sollen, hätte ich geplatscht, es ist so widerlich. Also halten wir fest, ich sage da, ich rege mich. Ja, es ist halt vor allem, ähm, äh, wie, wie war das, äh, war das fucking Video Days? War das Video Days? Ich habe drüber ein Video gemacht, eigentlich müsste ich das wissen. Ich glaube, es waren die Video Days. Es ist vor allem diese Freundalwirtschaft. Das ist halt das, was mich auch aufregt. Ähm, das ist der Grund, warum, wenn du an Influencer denkst und wenn du an Influencer denkst, die medientauglich sind, sage ich jetzt mal so, dann ist eher die zweite Kategorie erstens dort eingeladen und zweitens hat dort was zu sagen. Das ist dann halt so, weißt du, wie der Ballon d'Or, weißt du, Fußballer des Jahres. Da sind auch so viele Leute. Dieses Jahr fand ich persönlich auch, also Messi, einer der krassesten Spieler, wenn nicht der krasseste Spieler of all time, aber der Eric Harbrandt hätte es meiner Meinung nach verdient. Ähm, das ist halt ganz einfach, die, die, die Journalisten voten dort für ihren Favorite und bei den Video Days voten die anderen Influencer eben für ihren Favorite und wenn du halt gut mit jemandem bist oder wenn du irgendwie, weiß nicht, dir irgendeine Kooperation mit dem erhoffst oder sonst was, dann wird ganz einfach für Shuyoka gewotet, außer dem ist das halt ein tolles Bild, weil schau mal, ich, ich, ich vote für eine Frau der Woken Seite. Ich glaube, das haben sich halt viele Leute gedacht, aber, ähm, wie gesagt, ich bin einfach, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich halt, wenn ich halt irgendwie so Judge wäre bei sowas, dann würde ich real, real Talk versuchen, so objektiv wie möglich auf eine Sache drauf zu blicken, so. Ich würde niemals für Alpha Kevin als Gamer des Jahres spielen. ich würde vielleicht, keine Ahnung, für Alpha Kevin in Sachen der größten Foyer des Jahres oder sowas, äh, abstimmen, wenn ich nicht selber nominiert bin, aber, ja, Gnu zum Beispiel, Gnu zum Beispiel, da hat sich keiner aufgeregt, ja, eben, eben, äh, ja, aber wie gesagt, da muss halt einfach, das sind halt einfach, das sind halt einfach Veranstaltungen, ich weiß das nicht, wenn dir der Preis dann nichts wert ist, dann, ich würde auch nicht versuchen, dort einen Preis abzuräumen und wenn ich mal einen abräume, dann freue ich mich auf meine zehn Sekunden lange Rede. ...mich darüber auf, dass sie den, äh, Spielepreis gewonnen hat und sage, dass sie sich das Ding auf die Stern, äh, äh, binden soll, durch die Stadt laufen. Naja, wenn ich, wenn ich Gamer des Jahres wäre, würdest, würdest du wissen, was ich machen würde? Ich würde vorne auf die Bühne laufen und dann diesen fucking Elefant aufstehen und dann so, weißt du, diese Schmetterlinge da fangen und sowas, B-Stap-Adada. ...und ich klatsche. Das ist ihr Grund, warum sie mich auf Twitter blockiert hat, Grund Nummer 3812. Um dann nochmal ihre Meinung zu verstärken, schreibt sie da drunter, Oh Gott, sie hat mich, nein, liebe Shuyoka, du hast mich nicht jetzt wirklich auch noch mit Gönner G live gerade gebannt? Och nein, Shuyoka, Mensch, das ist aber so, ach man, Shuyoka, Junge, ja, das ist halt auch einfach scheiße, weißt du, da kommt jemand her und sagt, ey, willst du das privat, also wir können uns privat verstehen, wenn du möchtest, kurz talken und sowas und das passt und dann so, nein, ich blog dich hier, dann siehst du, ey, der redet gerade über mich auf, ähm, Twitch, ah, ich blog dich hier noch einmal. Das ist wirklich so ein erwachsenes Verhalten von dir, also für Shuyoka, einmal clap in den Chat, die gerade auch live zuschaut, das ist wirklich ganz großes Kino von dir, das ist wirklich, äh, wirklich, Shuyoka, das ist ganz großes Kino, kannst du natürlich machen, äh, du kannst mich natürlich live auch sperren, gar kein Problem, liebe Shuyoka. Och, man, liebe Shuyoka, da hab ich ja schon wieder all deine Sachen, die du gepostet hast. Nice try, muss ich an der Stelle sagen, aber es ist ja nicht so, als wenn ich mir das nicht schon alles gespeichert hätte. Also sie ist halt ganz offensichtlich gerade live dabei und ich hab wirklich respektvoll gerade mit dir geredet und es zeigt halt einfach, wie unfassbar kritikunfähig du bist. Was ist das für ein Druck auf der Flasche? Da steht Holy Squad und der Druck, den du gerade empfindest, ist Neid, weil du diese schöne Flasche nicht selber besitzt. Wir haben ja gerade den Clip gesehen. Shuyoka hat nichts in der Kategorie zu suchen. Nichts, auch rein gar nichts. Und dass sie dort drinnen ist, zeigt einfach, wie linksversifft auch mittlerweile hier diese ganze Szene ist. Egal, ist widerlich. Was? Dann lass doch mal privat, äh, ähm, reden oder was auch immer ihr da geschrieben habt und sie so Auszug aus dem Stream heute, werde ich dann privat geklatscht oder wie ist der Plan? Was? Ach so, okay, das ist der Kontext zu einem anderen Clip. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Montel hier Gewaltandrohung an Shuyoka. Es kommt einfach nur noch ab. Sollte sich diesen Preis, hätte sie den... MehlspeisenTV sieht man gerade. Äh, Dankeschön. Gewonnen hättest du sich auf die Sterne... Wir, wir, wir dürfen hier keine Personen acknowledgen, die auf Twitch gesperrt sind, ähm, aber keine Ahnung, wer die Person war, die da... ...kleben sollen, damit durch die Stadt laufen sollen, dann hätt ich geklatscht, digga. Das ist so widerlich. Okay, man kann natürlich über den, äh, aggressiven Ton, den ich da habe, ein bisschen diskutieren. Ich war halt, ja, mich hat's halt einfach gestört, dass ein Preis vergeben worden ist, den ich als nicht gerechtfertigt empfunden habe. Und das war ihr Grund, warum sie mich gebannt hat. Grundnummer 3812, 3812. Dann schreibt sie da drunter, Auszug aus dem Stream heute, werde ich dann privat geklatscht oder wie ist der Plan? Dann hab ich mir so gedacht, hey, wie, was, wo? Wie, was für privat geklatscht? Dann, Schuyokas, sehen wir hier, ne? Und da drunter hat sie dann das Bild gepostet. Dann lass uns doch mal privat reden und uns die Hände reichen. Also sie interpretiert, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, sie interpretiert aus, bind dir den Preis auf den Kopf und lauf durch die Stadt und ich klatsche, interpretiert sie, Oh mein Gott, nein! vor ihrer großen Zuschauerschaft, die sie auch hat, dass ich sie schlagen möchte. und Nein, Bruder, was? Was? Das, Oh mein Gott, das kann ich jetzt auch nicht zeigen. Das erinnert mich an diesen einen Tweet von einer gewissen Mehlspeise, ja? Äh, na, ich darf ihn nicht zitieren. Ich darf ihn nicht zitieren, werde ich auch nicht machen. Äh, das ist abseits jeglicher Realität. Ey, Bruder, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach, jemand kommt rein in den Stream, sagt, ey, lass uns vertragen, dann nimmst du einen alten Clip, der null mit so einer Aussage zu tun hat, also wirklich gar nicht, also wer das versteht, Real Talk, wer das versteht, in dem Fall würde ich dann auch einfach, wenn ich so eine Gewalt, wenn ich eine Gewaltandrohung bekommen würde, dann würde ich ganz einfach zur Polizei gehen und würde sagen, ey, da droht mir jemand heilbeängstigend mit, äh, mit Schlägen und dann würde der, der Kiewerer würde mich anschauen, der würde anfangen zum Schießen, oder der würde sagen, sowas brauchen wir hier nicht. Na, Spaß besagt, aber ich meine, das ist ja, also es ist krumm, so weit weg von irgendwas, äh, äh, die Hände reichen, ja, was ist, wenn er mir sehr fest die Hand reicht und ich dann dadurch eine Blutung auf meiner Hand habe? Nachdem sie das gepostet hat, postet sie das hier, damit ich das einmal verstehe, soll ich mich auf Kling dafür entschuldigen, dass du mich klatschen willst, oder wie genau soll das dann aussehen? Liebe Schoyoka, nur mal, nur mal, nur mal ganz kurz, also du führst da ja ein eigenständiges Gespräch, weil du stellst mir ja die Frage hier, also du stellst mir die Frage, damit ich das einmal verstehe, soll ich mich auf Kling dafür entschuldigen, dass du mich klatschen willst, also du sprichst mich ja sogar per Du an, ich bin schon 35, liebe Schoyoka, eigentlich solltest du mich siezen, aber gut, das ist was anderes, aber ich kann, eigentlich solltest du mich siezen, ja, oh, Alter, ich wurde mal, ich bin mal damals, okay, ganz kurz, ganz kurz, äh, Funfact, ich war, äh, in unserer Volksschule, das ist die Elementary School, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, die fucking Grundschule oder sowas, da durften wir uns ein Zuckerl abholen, wenn wir so ein kleines, weißt du, so ein kleines, haha, lecker, äh, wenn du ein gutes Zeugnis gehabt hast, bin ich rüber gesteppt, weißt, bin ich zur Volksbank rüber gesteppt, hab gesagt, hallo, ich bin ein Volksschulkind, schauen Sie mal in mein cooles Zeugnis, und die, äh, Frau am Schalter hat mich einfach gesiezt, Bruder, ich war so komplett perplex, wie er das mal in der Volksschule, zehn Jahre oder so, neun Jahre, die siezt mich da einfach, irgendeine Frau in so einem Kostüm, also das heißt ja wirklich so Kostüm, also so, so, so anzugmäßig, immer ich so, kann ja gar nicht auf deine Tweets antworten, du hast mich ja blockiert, und ich kann dir auch nicht im Livestream antworten, da hast du mich auch blockiert, also wieso stellst du mir eine Frage, auf die du gar keine Antwort bekommen kannst, macht irgendwie gar nicht so viel Sinn, ganz im Gegenteil, du blockierst sogar jetzt gerade noch den Gönnergy Account, weil ich mir deine Tweets angucken möchte, Also liebe Shoyoka, wie weit weg ist denn bitte deine Aussage, dass du mich vor drei Jahren gesperrt hast, weil ich Frauen in Malta hinterhergegrunzt habe, dass du mich dafür blockiert hast, jetzt argumentiere ich sachlich, normal, ohne Beleidigung, ohne Aggression, ohne dich in irgendeiner Art und Weise bloßzustellen, oder zu beleidigen, oder auf deine Gesundheit zu gehen, oder whatever, ich rechtfertige, das musst du dir vorstellen Shoyoka, bitte hör einmal ganz kurz zu, ich weiß ja, du bist da am Start, ich rechtfertige mich in meinem Stream dafür, dass du vor deinen 70.000 Followern mich darstellen möchtest, als wenn ich dich schlagen möchte. Und das Einzige, was du dem beizutragen hast, ist, mich live im Stream zu blockieren und mir so gesehen das Recht nimmst, mir deine Tweets anzugucken, wo du mich darstellst, als wenn ich dich schlagen möchte. Aber ist es nicht genau das, was du kritisierst, KuchenTV gegenüber, dass er dich vor seiner so großen Zuschauerschaft bloßstellt, auch wenn deine Zuschauerschaft ein wenig geringer ist, das Gleiche machst du auch. Und du gibst mir überhaupt gar keine Möglichkeit. Das klappt. Ja, es ist schon irgendwo dreist. Ich weiß, was sie, ich weiß, was sie, sie kann ja, sie kann ja, wenn Monta in den Chat kommt, kann sie ihn blockieren. Dann kann sie ihn blockieren, dann kann sie ihn auf Twitter blockieren, dann kann sie ihn den Gunnergy Account blockieren, dann kann sie ihn überall blockieren und wenn sie ihn auf der Straße sieht, dann, wenn sie im Auto fährt, dann fährt sie halt so durch die Gegend, ist ja auch scheißegal, aber du kannst halt nicht dann expecten, dass du so etwas über jemanden postest oder so eine Interpretationsanschuldigung, wie auch immer man das nennen soll, ohne mit, also ohne damit zu rechnen, dass was zurückkommt. Und ich wette mit dir, es ist ja, das Video ist jetzt drei Tage, drei Tage ist es alt oder fast drei Tage. Dann wird sie in der Zwischenzeit wahrscheinlich wieder irgendwas gedroppt haben, von wegen, ah ja, Monta hat jetzt wieder ein Video über mich gemacht und jetzt ist eh klar und jetzt wird wieder auf mich draufgehauen und sowas, aber das kommt ja nicht von nix. Was geht denn da jetzt ab? Alles klar, ja gut, irgendwer hat mich gebotet oder so. Alles klar, danke schön für den Slowchat hier an der Stelle. Äh, ja, wem das so ist, dann macht es es, ne? ...zu stellen, außer hier in meinem Stream darüber zu reden und ich muss mir sogar vorher die Sachen aufnehmen, weil du mich live im Stream blockierst. Ich weiß nicht, Schuyoko, ob das das richtige Erwachseneverhalten ist. Das, was du von allen immer verlangst. Und die Aufnahme, die ich hier getätet habe, Nummer 9 in den Trends rechtschreiben. Ich habe, liebe Schuyoko, ist eine Aufnahme, die zu meinem Anwalt gegangen ist. Ob ich dagegen rechtlich vorgehe oder nicht, das weiß ich noch nicht, weil eigentlich möchte ich nicht auf Personen eintreten, sinnbildlich, nein, nicht als Gewaltandrohung, die schon am Boden sind. Aber all das, was du gerade hier machst, lässt mich davon ausgehen, dass du nicht mal zulassen möchtest, dass du mich zu den Tweets, die du über mich machst, dass ich mich dazu äußere, indem du mich live im Stream gerade blockiert hast. Damit ich das einmal verstehe, soll ich mich auf Knien dafür entschuldigen, dass du mich klatschen willst oder wie genau soll das denn aussehen? Also eine Frage, die sie mir stellt, auf die ich dir gleich eine Antwort gebe. Und dieses Video hat sie dann da angehangen. Ja, jetzt zum Weihnachts-CPM, das nehme ich immer mit. Videos um Schuyoko klicken sich immer bombastisch und da danke dir für den Free-Content, auf jeden Fall. Ich würde noch, liebe Schuyoko, auch noch eine Entschuldigung annehmen von dir. Wenn du im Stream sagst, Monta Abi, Entschuldigung, auf die Knie, äh, 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 nein, dann dich hinsetzt. Also wenn man da nicht realisiert, dass das offensichtlich ein Joke ist, liebe Schuyoko, dann haben wir vielleicht unterschiedlichen Humor. Vielleicht ist das dann auch einfach ein Joke, weißt? Vielleicht ist Schuyoko einfach eins weiter, eins drüber, eins vor der Ziellinie. Also es war Humor, du sollst natürlich nicht vor mir auf die Knie gehen. Warum solltest du auch? Wie du auch auf Twitter gepostet hast, du gehst vor niemandem, vor keinem Mann auf die Knie. Was No-Joke-Cap ist, aber gut, jedem das seine. Nein, ich hab kein Beef mit irgendwen, nur Leute, die auf Twitch gebannt werden, dass es nur ganz kurz klar ist, denen darf man halt keine Bühne bieten und es geht mir hier rein um die Auseinandersetzung zwischen Monta und Schuyoko und deswegen muss ich ganz einfach mich ein bisschen hin und her bewegen. Ich weiß, es ist nervig, aber ich kann nichts anderes machen. Und sagst, Entschuldigung nochmal, so mäßig und dann würde ich eventuell dich und Freiraum Reh auch einladen zu meinem Weihnachtsevent. Hier, also du kannst ja vielleicht auch nochmal bei deinem eigenen Tweet reinzoomen. Ich lache da sogar noch offensichtlich. Und liebe Schuyoko, das Verhalten, was du allen vorwirfst, nämlich Falschaussagen im Internet zu behaupten. Also wie möchtest du, liebe Schuyoko, und das ist die Frage, die ich dir stelle, wie möchtest du denn bitte verargumentieren, in dieser Situation mir zu unterstellen, dass ich in irgendeiner Art und Weise dir Gewalt angedroht hätte? Selbst ein Taubstummer könnte aus meinen Aussagen raushören, dass ich mit Klatschen Applaus gemeint habe. Du kannst mir vieles unterstellen, ist gar kein Problem so. All good. Ich habe viele Fehler gemacht, all good. Weiß ich. Aber das ist doch ein Quatsch-Argument. Das ist wirklich unfassbar. Das ist wirklich Kindergarten. Und Schuyoko, ich bin wirklich in deinen Stream gekommen. Ich bin wirklich in deinen Stream gekommen und habe dich gefragt, ob man ein privates Gespräch suchen kann und sich die Hände reichen kann. Also in welchem Gewaltszenarium sage ich zu meinen Kontrahenten, die haue ich auf die Fresse, wir reichen uns die Hände. Habe ich in der Variante noch nie gehört. Also wirklich noch nie. Aber das ist das, was du mir unterstellst. Und ich glaube, es ist irgendwo auch einfach so ein gewisses Maß an Yo, jetzt ist schon so viel über Schuyoko geredet worden. Jetzt ist schon so viel passiert. Die Leute, die immer noch hinter ihr stehen, die werden ihr auch bei der Sache, wenn sie auch recht geben, ist ja auch schon wurscht. Weißt du, was ich meine? Willkommen zurück im Chat. Keine Ahnung, was das gerade für eine Attacke war. Aber ja, wir werden auf jeden Fall zurückattackieren das nächste Mal. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. So, sie lebt ja auch von Social Media. Ich weiß dann auch nicht, in welcher Welt das halt hilfreich ist, sowas zu droppen. Zumal er, wie gesagt, damit wahrscheinlich auch zum Anwalt, also er hat ja gesagt, er ist damit zum Anwalt gegangen. Ich weiß noch nicht, was das jetzt bedeutet. Er ist damit zum Anwalt gegangen und hat gesagt, hier, store das mal auf deiner Festplatte oder so. Ja, finde ich schade. Finde ich schade. Nach allem. Wie gesagt, wenn sie nicht auf ihn eingehen möchte und wenn sie sagt, komm, scheiß auf dich Monte, Abi, so Ding, dann blockieren halt und das war's. Weißt du, was ich meine? Er hätte auch kein Video darüber gemacht, wahrscheinlich, wenn das nicht gekommen wäre. Wenn sie einfach gesagt hätte, ey, Monte ist im Chat, sorry, kein Bock auf dich, bann. und auf Twitter von mir ist auch bann und keine Posts über ihn und sowas, weil klar kann sie über ihn posten, aber natürlich passiert das halt dann auch, weißt du, was ich meine? Dem jetzt gerade finde ich ein bisschen schwach. Aber das ist halt ein Take, den du gebracht hast auf deinem Twitter-Account, liebe Shuyoka. Das ist ja ein Take, den du auf deinem Twitter-Account gebracht hast vor 70.000 Followern. Also das, was du bei anderen Leuten kritisierst, was sie nicht machen sollen, machst du auch. Das ist schon doppelt moralisch. Also entweder machst du das bewusst, um darüber Aufmerksamkeit zu bekommen, was ich nicht glaube. Denn man sieht dir auch wirklich an, und das ist einfach eine Tatsache, anhand dessen, was ich in deinem Stream gesehen habe und was du auch selber bestätigt hast, man sieht dir wirklich an, dass es dir aktuell nicht gut geht. Also lass uns doch da einfach mal vielleicht die Hände reichen und endlich mal hinter dem Thema einen Punkt machen. Oder halt auch nicht. Das wird das erste und das letzte Mal sein, dass ich zu dir etwas gesagt habe, weil du mich dazu gebracht hast, weil du auf deinem Twitter-Account gesagt hast, oder getwittert hast, dass ich dich schlagen möchte. Was absoluter Nonsense ist und nicht der Wahrheit entspricht. Was du in deinem Stream erzählst, gegenüber einer Alicia Jo oder zu anderen Themen und ein KuchenTV macht dann ein Video zu und ich reagiere da drauf, ich reagiere fast auf jedes Video von Kuchen, was auch nicht verwerflich ist. Egal, ob du diese Person magst oder nicht. Und ja, du hast recht, Jojoka, deine Videos klicken sich besonders gut und ich würde einfach mal behaupten, dass es daran liegt, dass du auch besonders viel komische Takes bringst. Und jetzt hast du es geschafft. KuchenTV ist aktuell perma gebannt auf Twitch. Du wirst wahrscheinlich jetzt denken, ich werde jetzt Kuchen in allen Punkten Rücken geben und mit Sicherheit werde ich Kuchen in einigen Punkten Rücken geben. Ich habe den Stream nicht geschaut von ihm. Und sollte es so sein, dass er in den Aspekten vielleicht ein wenig übertrieben hat oder in seinem Stream übertrieben hat, die er gegenüber, wenn man Fehler macht, muss man mit der Strafe leben können. Das habe ich nicht zu entscheiden. Okay, er hat den Stream nicht gesehen. Ich habe den Stream auch nicht gesehen. Ich weiß aber auch nicht, um wen es geht. Stream nicht gesehen, Shoyoka, bin ich dir ehrlich. Ich konnte mir den Stream von KuchenTV nicht geben, weil sobald Alkohol im Spiel ist, in einem Stream, bin ich eigentlich raus in den meisten Fällen. Oh ja, strong, strong. Ich habe das ganz vergessen, aber Monte ist... ist Monte komplett clean und ist Monte... Monte ist ja auch Veganer jetzt auch, weil damals hat Monte sehr, sehr viele Videos über Alkohol und sowas hat gemacht. Der war ja auch ziemlich abhängig und sowas. Also ich glaube, ich kann sagen, er war abhängig. Ich bin mir ziemlich sicher. Er hat das selber auch schon mal so gesagt. Und ich kann mich noch genau erinnern, wo ich damals trockener Alkoholiker... Okay, okay, okay. Ich habe damals die Videos geschaut und er hatte eine Real-Life-Story und da hatte ich so Angst davor. Empiresonic spendet 15 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ganz kurz noch. Und er hat darüber geredet, dass er beim Zahnarzt war und der Zahnarzt musste ihm einen Zahn ziehen und das komplett ohne Narkose, weil er einfach so viel gesoffen hat schon die ganze Zeit, dass diese Betäubung bei ihm irgendwie nichts gebracht hat oder so. Und Bruder, das sind halt Sachen, an die denkst du gar nicht. Aber ja. Empiresonic für den Kaffeekonsum. Dankeschön für die 15 Euro. Ich trinke ja nicht so viel Kaffee, aber ich werde das Ganze in Holy ballern. Sehr lieb von dir, sehr lieb von dir. Weil ich einfach mit alkoholisierten Menschen nicht viel anfangen kann. Es steht nicht in meiner Macht und ich beurteile das nicht, wer hier Schuld hat, wer keine Schuld hat. Das muss dann Twitch entscheiden. Aber ich sage es noch ein letztes Mal. Ich habe viel Mist gemacht, Shuyoka. Das stimmt. Captain Brionic, dankeschön. Und ja, meine Community hat mir viel verziehen. Auf jeden Fall, hundertprozentig. Da bin ich bis heute sehr dankbar drüber. Ich habe viele Dinge gemacht, wo andere Leute vielleicht für gecancelt worden wären oder vielleicht nicht mehr den Schritt zurück in die Internetwelt geschafft hätten. Das stimmt, ja. Aber soll ich dir auch sagen, warum ich das geschafft habe, Shuyoka? Weil ich mir wirklich das zu Herzen genommen habe. Zumindest aus meiner Wahrnehmung. Was die Leute mir vorgeworfen haben. Und ich habe wirklich an meinen Fehlern gearbeitet. Das macht das nicht besser, was ich früher gemacht habe. Aber ich habe meiner Community bewiesen, dass ich älter werde und erwachsener werde. Das stimmt aber. Also im Vergleich zu noch vor so zwei Jahren, finde ich, Monte ist viel, ich sage jetzt mal, erreichbarer. Ist viel mehr so down to earth und so. Wobei er natürlich auch sehr, sehr viele Sachen gemacht hat, die halt nicht in Ordnung sind. Na, also hier, Casino-Streams, dieses fucking NFT-Zeug und sowas. Eben das mit Malta und so. Gibt es gefühlt 100.000 Sachen, die Monte gemacht hat, die einfach nicht korrekt waren. Aber ja. Ich habe eigentlich auch gar keine Lust mehr auf die Kopfschmerzen gehabt. Und ich weiß nicht, wie alt du bist, Shuyoka. Das weiß ich wirklich nicht. Und vielleicht kommt das auch noch. Aber du solltest unbedingt, wirklich, liebe Shuyoka, das kommt wirklich aus dem Herzen. Du solltest unbedingt anfangen, auch selbst zu reflektieren. Und selbst wenn in deinem Kartenhaus, was du dir aufgebaut hast, einige Karten umfallen werden, du musst unbedingt anfangen, selbst zu reflektieren. Denn du hast so viele komische Takes in der Vergangenheit gebracht. Du hast das Ganze jetzt gerade noch mal live hier im Stream getoppt, indem du mich live blockiert hast, weil du nicht möchtest, dass ich dein Content mir angucken kann. Content, wo du mir unterstellst, ich würde dich klatschen wollen, was so ein L-Take von dir ist. Alle schreiben doch eine halbe Bibel, ganze Hurensohn. Und anstatt einmal zu jetzt, jetzt das klarzustellen und zu sagen, okay, das habe ich vielleicht falsch interpretiert, blockierst du mich und versuchst, dass ich das nicht klarstellen kann, indem du mich blockierst. Ein Verhalten, was du jedem vorwerfst, Müll über dich zu erzählen. Und ich glaube, wenn sie ihn jetzt, pass auf, wenn sie ihn jetzt in dem Moment irgendwie so entblocken würde oder reinschreiben würde, so, yo, hast recht oder so, lass dann kurz nach dem Stream irgendwie off-Stream reden oder so und sie würden sich vertragen, dann würde auch dieses Video gar nicht erst hochladen. Und das sind halt No Front, das sind halt schon wieder 700.000 Aufrufe plus eine knackige Kaiser-Reaction. Wenn die liebe Shoyoka das macht, dann ist es okay. Und wenn jeder eigentlich realisiert, dass das ein L-Tech von dir ist, dann fängt die Shoyoka nicht mal an, selbst zu reflektieren und vielleicht auch mal Entschuldigungen zu sagen und den Fehler einzusehen. Vor allem, es ist halt auch sehr gefährlich, wenn du, ich weiß nicht, wie sie das auf Twitter macht, wie sie damit umgeht, aber wahrscheinlich wird sie auch relativ viele Leute blockieren, die einfach gegen sie sind oder die einfach ihr oftmals widersprechen und sowas, kann ich mir zumindest vorstellen, weiß ich natürlich nicht. Aber es ist dann ganz schnell, ganz gefährlich, wenn du in einer, ein Loch gräbst, wo alle Leute, die in diesem Loch übrig geblieben sind, einfach die ganze Zeit nicht bestätigen und die ganze Zeit sagen, ja, das, was du machst, ist komplett richtig, weil, Benny Owl, Panthers, Dankeschön, weil irgendwo gibt es auch einfach, Imagine, keine Ahnung, Orange, Morange, so als Beispiel jetzt aber nur, Imagine, der wird das genauso machen, der wird alle Leute blockieren, die irgendwas gegen Casino und sowas sagen, dann wird der irgendwann in einem halben, dreiviertel Jahr, wird der aufwachen, wird auf Twitter gehen und alles, was er sieht, ist Zuspruch. Alle Leute sagen dir, Digga, Orange, Morange, bester Streamer ever, Orange, Morange, geister Typ aller Zeiten und sowas, hat nie irgendwas falsch gemacht, gut, bei ihm habe ich sowieso schon die Hoffnung aufgegeben, aber ihr wisst, was ich meine. Was ist das große Problem bei dir? Slicker, danke. Du hast mit Sicherheit viele gute Aspekte in der Vergangenheit auch gesagt, aber du hast auch viele Dinge aus meiner Wahrnehmung gesagt, die nicht so in Ordnung sind und anstatt auch mal vielleicht Dinge klarzustellen und zurückzurudern und zu sagen, ey, das war vielleicht nicht so in Ordnung, da gibt es einige Dinge auch bei dir, passiert da gar nichts und man gräbt sich gefühlt selber, immer selber sein eigenes Grab tiefer und tiefer. Wenn es das ist, was du machen möchtest, okay, cool, go for it. Und gerade hier Morddrohung unterschwillig. Und ja, am Ende des Tages, auch wenn Kuchen jetzt gerade gesperrt ist, ich gehe auch gerne offline da drauf, ist mir egal, die Videos, die über dich sind, sind free Content am Ende des Tages, da stehe ich auch zu. Und das ist ja auch einer meiner Jobs, auf Content zu reagieren, auf andere Videos zu reagieren. Das kann man mir nicht vorwerfen. Aber am Ende des Tages, ich reiche dir immer noch die Hand und bin immer noch bereit, mich mit dir an einen Tisch zu setzen, auch gerne mit Freiraum Reh und einfach gewisse Unstimmigkeiten vielleicht aus dem Raum zu schaffen. Da müssen wir uns nicht drüber einig werden, was alles in der Vergangenheit passiert ist. Das ist viel zu viel Gesprächsbedarf. Empiresonic, dankeschön für die 500 Bits. Ich überlege gerade, wen ich alle blockiert habe. Also for real, Influencer habe ich, glaube ich, niemanden blockiert. Aber blockieren würde ich auch nur Leute, die mir halt gewaltig am Arsch gehen und so. Da gibt es halt ein paar so Leute. Ich lese in letzter Zeit leider nicht so viele Instagram-Diams, aber gab es mal eine Person, die hat mir die ganze Zeit Reels geschickt und ich habe dann gesagt, bitte schickt mir keine Reels, ich schaue mir die Reels nicht an. Also alle Reels, die ihr mir schickt, schaue ich mir nicht an. Es tut mir leid, aber ich höre mir gerne so Video-Vorschläge an oder sonst was, aber halt irgendwelche Memes und sowas, das ist jetzt nicht unbedingt so. Das schicke ich halt mit meinen Freunden hin und her, aber wenn du jetzt einen Fremden ein Meme schickst und sowas, das ist jetzt nicht unbedingt meins. Ihr wisst, was ich meine. Und dann habe ich das so geschrieben, so, yo, bitte schickt mir keine Dings mehr, weil ich schaue es mir nicht an. Und dann hat die Person noch einmal, dann hat die Person noch ein Reel geschickt, also auf Instagram. Erstmal ein Reel schicken, passt, ich blockiere dich. Ich meine es ernst. Und dann habe ich geschrieben, so, ja bitte, lass es halt für real, so, ich möchte dich jetzt nicht blockieren oder sonst was, aber das ist halt Dings. Und dann schickt mir die Person noch zwei oder drei Reels und hat dann geschrieben, so, ja, aber nur die bitte, weil die sind wirklich ulustig und ich habe dann einfach zurückgeschrieben, so, Alter, das ist richtig respektlos, was du machst, weil halt, Bro, wenn ich dir eh schon zwei oder dreimal sage, bitte, ich weiß, ich bin eh zu nett. Ich weiß eh, dass ich zu nett bin, aber ich will nicht jemanden unnötig blockieren oder sonst was und die Leute, die meinen es ja auch nicht böse, nur anders checken es halt manche nicht. Aber dass man eventuell gemeinschaftlich vielleicht For real, Christ, du bist auch glatt blockiert, ja. Und eine Pfeife raucht. Das habt ihr eigentlich gar nicht verdient, um ehrlich zu sein, aus meiner Wahrnehmung, aber eins habe ich gelernt, Liebe im Herzen zu haben ist immer besser, als Hass im Herzen zu haben oder Wut oder Unstimmigkeiten. Na, für real. Es werden jetzt auch einige Leute werden sagen, haha, ich schicke dir jetzt ein Reel und ich habe gesehen, du hast die im Stream das und das gesagt. Ich werde euch, wenn, dann ignorieren, weißt du, und die DMs sind teilweise eh schon recht voll bepackt und da finde ich es dann einfach schade, wenn Leute mit irgendeinem Blödsinn halt um die Ecke kommen. Ja, sie hat einen Twitter-Post gemacht, mal schauen, was hat sie gemacht. Oh, Gottes Willen, Digga, also diese Frau ist so... Ein Twitter was? Ich habe mir wirklich nur den ersten Satz durchgelesen, warte, wir gucken gleich gemeinsam weiter. So, das hat sie getwittert gerade. Ich habe ein Dutzend Accounts, die an dieser monatelangen Hetze beteiligt waren, blockiert. Monte lockt sich während seines Livestreams vor 25.000 Leuten auf den Zweitaccount ein, um die Sperre zu umgehen und weiter über mich zu sprechen. Das ist alles absurd. Achso, sie meinen jetzt auf den Gunnergy-Account raus. Die Frau ist so verloren anscheinend. Ich kann das auch nicht mehr, Digga. Schoyoka, du hast auf deinem Twitter-Account gepostet mit einer Aussage, wo ich gesagt habe, dass ich klatsche, in die Hände klatsche, hast du das auf deinem Twitter-Account so dargestellt, als wenn ich dich klatschen möchte, schlagen möchte und ich versuche vor meiner Zuschauerschaft das klarzustellen, dass ich niemals dich schlagen möchte und das stört dich? Das ist alles so absurd? Bro, du lebst in einem Paralleluniversum. Ich habe das noch nicht erreicht. Bro, jetzt auch noch misgendert? Es ist so weit weg an der Realität, liebe Schoyoka, da kann ich leider dann auch nicht mehr helfen. Ratet, wessen Twitter-Account wieder mit Beleidigung und Hass geflutet wird heute. Ich möchte schreien. Das ist das, was ich gemeint habe vorhin. Das ist das, was ich gemeint habe. In der Zwischenzeit wird wieder irgendwas passieren, wird Schoyoka wieder irgendwas sagen oder machen, was sie quasi in dieser Opferrolle bringt. Und es ist nicht mal ein Wort, was ich halt oft verwende oder was ich gerne verwende oder sonst was. Nur es ist halt ganz einfach das. Es ist ganz einfach das. Es ist, yo, du unterstellst jemand anderem eine böswillige also Anspielung zumindest und wunderst dich dann, dass die Person sich darüber rechtfertigt und sagt dann, naja, jetzt pass mal auf, wie ich wieder gehatet werde. Ja halt, warum? Oh Gott. Da sind wir schon zu zweit, Schoyoka. Ich möchte auch schreien. Schoyoka, falls du es nicht am Anfang des Streams gehört hast, ich habe abgeraten und gesagt, dass ich mich davon distanziere, dass Leute eine beleidigende Nachricht schreiben. Okay. Mehr kann ich nicht machen. Nur weil man Trittbettfahrer in seiner Community hat, die beleidigenden Inhalte schreiben, darf ich nie wieder auf kritische Dinge gegen mich reagieren, weil ich... Von was bringt das halt? Ich frage mich, ist das irgendwie für, ich weiß nicht, irgendwelche Nachrichten oder sonst was? Könnt ihr euch erinnern an fucking Aline Bachmann? Aline Bachmann ist auch in jeder Bildreportage und sonst was, ist sie immer die Arme und die, oh nein, Aline Bachmann, die hat ja nichts gemacht und auf einmal haten alle auf ihr herum und so was und nur weil sie Influencerin ist, weil das ja auch fucking genauso funktioniert, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wen sie halt damit foolen möchte, wenn du einmal Schoyoka eingibst auf YouTube oder auf Google wahrscheinlich schon, dann kommen hunderttausend Sachen über sie, die sie gesagt hat, die sie gemacht hat, die einfach nicht in Ordnung waren. Wer soll da durchgefuhlt werden? Es gibt sicher Leute, die darauf anspringen. Es gibt sicher Leute, die vielleicht nicht, die vielleicht nicht so blöd sind und das übersehen, sondern halt die sich denken, okay, das kann man nutzen und da kann man sagen, yo, diese arme Frau, die wird einfach nur im Internet gehatet, einfach, keine Ahnung, weil die Leute so deppert sind im Internet. Das kann man sicher so verpacken und dann so posten, aber was bringt dir das? Du hast entweder die Wahl, dass du das halt klarstellst, dass du einfach sagst, yo, was geht ab? Ich hab hier das und das, mit dem und dem hab ich mich ausgesprochen und das ist jetzt in Ordnung oder du machst es nicht für, keine Ahnung was, ich weiß nicht, was dir das bringt. Ich weiß echt nicht, was dir das bringt. Einwegsspiegel, Dankeschön. Immer Gefahr laufen müsste, dass dann Leute beleidigende Kommentare schreiben, das heißt, alles, was in der Zukunft gegen mich im Negativ... Am Ende bringt es immer Geld. Wie soll das Geld bringen? Das bringt gar kein Geld. Das bringt einfach nur, das fuckt mich halt einfach nur ab, wenn ich halt sowas sehe, weißt du, ich meine, mir ist das egal, ich geh jetzt nicht rüber und schreib irgendwelche Hate-Kommentare oder so. Sie können es so machen, ja, Chat nur für Abonnenten und dann jeder, der sie im Stream beleidigen möchte, muss halt abonnieren, das wäre dann, das wäre dann eine gute Geldmacherei, aber naja, ansonsten... ...gesagt wird oder in irgendeiner Art und Weise Gesprächsbedarf bedeutet, bedeutet für mich, ich darf nie wieder drauf reagieren, live in meinem Stream, weil man könnte dann ja irgendwo auch beleidigt werden, das ist auch wieder ein L-Take von dir und das Einzige, was du hättest machen können jetzt in der Situation, wäre ein Anfang gewesen, zu sagen, ey, okay, ich mag dich immer noch nicht, aber dass du mich schlagen wolltest, war eine Falschaussage, es war im Grunde Rufmord oder eine falsche Unterstellung und sorry, also das wäre zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ich könnte jetzt auch meinen Anspruch... Empire Sonic spendet 15 Euro auf entspannten Johannes. Oh ja, Dankeschön, Dankeschön, warte ganz kurz, ich lasse nur noch ein Film. Partner bei Twitch mal kurz anschreiben und ihm bei Twitter markieren, ey, Twitch.de-Support, wie kann das sein, dass hier eine Twitch-Partnerin mir unterstellt, ich würde sie schlagen wollen? Mach ich aber nicht, hab andere Hobbys, verstehst du? Und du realisierst dich, dass das so unfassbarer easy Content ist? Stimmt, das hat sie auch gemacht. Also gab es auch viel, viel so Gespräche über den Discord-Server, dass da irgendwelche Leute irgendwas geschrieben haben, aber ich sag euch ganz ehrlich, ich hab auch einen Discord-Server und ich weiß oftmals nicht, was da abgeht, also falls da irgendwer, irgendwer anderer, was auf meinem Discord-Server schreibt, auch wenn es ein Mod von mir ist oder so, dann kann ich, dann, weißt du, dann ist es ja nicht so, als würde ich direkt dahinter stehen, ähm, aber ja, äh, Empire Sonic, dir bringt das doch genau jetzt Geld oder nicht? Achso, mir? Ja, auf jeden Fall, mir auf jeden Fall. Na klar, verdiene ich mit der Reaction, ne, aber ich weiß nicht, was Shuyoka bringen soll. Das ist das. Ey, schau mal, wie der Chat so ein bisschen kleiner wird. Ha, lol, das ist ja lustig. Weil wirklich, liebe Shuyoka, ich muss es dir noch mal ganz kurz sagen, egal, ob du Shuyoka bist einigen Dingen eine komische Meinung hast vielleicht, würde ich dir Unrecht antun, würde ich dir gegenüber unfair sein, würde ich dir gegenüber hetzend sein oder würde ich dir gegenüber beleidigend sein oder gewaltandrohend, glaub es mir, ich würde auch von meiner Community dafür geschittet werden. Ja, ja. Aber das Gefühl, 99% meiner Community oder das Internet auf meiner Seite ist, sollte dich auch mal zum Nachdenken bringen. Klar hast du auch Support. Hey, volle Soli für Shuyoka, ich sehe ja die Posts, die du retweetet hast, aber sei mir nicht sauer, diese Leute sind... Nein, sie retweetet volle Soli-Posts. Naja. Ungefähr so, wie die Leute, die denken, wenn sie dich beleidigen, werden sie Fans von mir. Neuer Tweet Discord, oh geil. Hey, ich stehe hinter Kaiser. Ah, ich reposte das, damit man weiß, dass... Naja, okay. Das Level der Obsession von diesem Männerbündnis ist schwer zu begreifen. immer diese bösen Männer, Shuyoka, ja, immer diese bösen Männer. Aber gut, das Ganze könnte sich ja übrigen, Shuyoka, indem du einfach das Live-Gespräch mit mir suchst oder das Gespräch privat. Oder Skruzo auch komplett am eskalieren. Naja, was was, ich spreche seinen Namen nicht mehr aus. Machst du nicht. Denn dein Kartenhaus würde wahrscheinlich zusammenbrechen. Du musst einfach... Auch wichtig zu betonen, dass es ein Männerbündnis ist. Es können nicht einfach zwei Personen sein, sondern es ist ganz wichtig, dass es hier ein Männerbündnis ist, um nochmal zu verstärken, dass sie eine Frau ist, um nochmal extra deutlich zu machen, wie scheiße das nicht ist. Weil wenn sie jetzt ein Mann wäre, dann wäre es nicht so schlimm, aber wenn sie jetzt eine Frau ist, dann ist es natürlich... realisieren, liebe Shuyoka. Ich habe in diesem Stream nicht einmal dich beleidigt. Ich habe in diesem Stream nicht einmal ausfeind über dich geredet. Ich habe in diesem Stream mit Respekt geredet mit dir. Auf Augenhöhe, verstehst du? Auf nett, auf menschlich. So, wie es eigentlich sein sollte. Ich habe dir ganz simpel erklärt, dass du ganz offensichtlich mich als jemand dargestellt hast auf deinem Twitter-Account, der dich schlagen möchte. Was offensichtlich auch eigentlich müsste, dass bei dir im Kopf ankommen, eine falsche Unterstellung deinerseits war. Und das Einzige, was du dem beizutragen hast, sind diese Posts. Hä? Wenn ich dir unterstellen würde in meinem Stream, dass du irgendwas gemacht hättest, wie zum Beispiel mich geschlagen, das ist jetzt nur ein Beispiel, oder ähnliches, dann wärst du doch die Erste, die auf ihrem Twitter-Account rumheulen wollte, oh, der behauptet Dinge über mich, die nicht stimmen. Hier, Twitch-Support hier, wie kann das sein? Ist ja immer noch online, der VOD. Wie kann das sein? Sperren hier, sperren da. Wie bietet ihr denn eine Plattform? Das ist doch Kindergarten. Ich meine, das ist übelst Kindergarten. Und eine Sache weiß ich, Shoyoga, eigentlich kannst du gar nicht so an der Realität vorbeilaufen, beziehungsweise so unnett kannst du eigentlich gar nicht sein, weil ich denke mir immer, du hast doch einen Hund, du bist doch tierlieb. Und eigentlich denke ich immer, tierliebe Menschen sind auch liebe Menschen, aber ich hab mich da wohl getäuscht. Und hier, liebe Shoyoga, siehst du dann deine, deine... Ja, ist leider nicht immer so. Also ich sag nicht, dass Shoyoga nicht lieb ist oder sonst was, aber manche Leute, die haben... Manche Leute generell, die haben Haustiere, ist egal, was für ein Tier, und die haben einfach null fucking Ahnung, was... Also wie man mit dem Tier umgeht. Oder weißt du, so... Ja... Weißt du, meistens sind das halt irgendwelche älteren Herrschaften und Frauenschaften, die dann, ah, schau mal, eine Katze läuft da vorbei, na, ich gebe ihr ein Stück Schokolade oder sowas und dann stiebt die Katze und dann wundern sie sich. Leute, die dich supporten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Doni schreibt, er äußert sich doch gerade dazu vor über 20.000 Leuten oder? Du kannst aber niemanden dazu zwingen, mit der persönlich zu reden, der nicht will. Crowey schreibt, das macht doch aber keinen Sinn, Junge, sie blockt ihn, damit er sich zu der Thematik nicht äußern kann, weil er ihre Tweets nicht sieht. Doni schreibt, ich traue Monte zu, sich einen weiteren X-Account anzulegen, um ihre Tweets zu legen. Wenn er so scharf darauf ist. Ja, sicher. Sie hat maybe auch einfach keine Lust, von ihm zugetextet zu werden. Lieber Doni, also ich weiß nicht auch. Ja, aber dann kann sie ihn blockieren und das war's. Sie ist ja extra nochmal draufgegangen, sie hat ja extra nochmal Öl ins Feuer gegossen und wundert sich dann wieder, dass er im Stream, wahrscheinlich wundert sie sich nicht mal, wahrscheinlich hat sie, wahrscheinlich hat sie darauf gehofft, dass er im Stream darauf eingeht, äh, damit sie wieder irgendwelche Tweets machen kann, damit sie wieder, ich weiß es nicht, ich weiß, ich kann's mir langsam nicht anders erklären. Ich kann's mir langsam nicht anders erklären, als dass Monte auf dich zukommt und du drehst es dann so, dass, dass du irgendwas gegen Monte sagst, damit er darüber redet, damit du, damit du wieder sagen kannst, ich sage, schau mal, ich wurde, es wurde wieder auf mich draufgehauen. Draufgehauen im Internet mäßig, ja, das ist jetzt keine Androhung oder sonst was. Tobi, Dankeschön. Aber in welcher Realität du lebst, aber Shuyoka hat sowieso ausgestellt, dass... Free, Reichweite und dadurch Cash, ist halt die Frage, also, meinst du es Shuyoka oder nicht? Weil, kann man das irgendwie nachschauen? Warte mal ganz kurz. Ähm, Stream Tracker. Ich schau mal ganz kurz, kann man hier, Twitch Tracker, Stream Charts, Stream Charts. Probier mal hier, wie hast du ein, äh, Dings, ähm, kann ich denken, wenn wir ihn suchen oder so? Twitch Growth, Nee. Okay, Stream Tracker, Social Blade. Social Blade. Track, Twitch, Analytics, warte mal, ich mach hier ganz kurz, äh, ich mach das ganz kurz weg, damit ich nicht... Na, hallo. Shuyoka, wenn ihr nicht seht, seht, wen ich alle hier suchen will und so. Na, gibt's nicht. Hä? Seemst du, dass Shuyoka das nicht exist? Heißt es irgendwie anders oder so? Schreibt mal ganz kurz rein. ...überhaupt auf ihre Twitter-Posts antworten kann. Und lieber Doni, nur nochmal auch für dich... Ich schau mal kurz, wie sie heißt. Ich wollte vergleichen, ob sie in der Zeit, jetzt in letzter Zeit irgendwie mehr, mehr Views macht oder so. Wenn du ja nochmal nachvollziehen kannst, deine Shuyoka, die du da gerade versuchst zu verteidigen oder, oder zu verstehen, hat auf ihrem Twitter-Account ein... Hä, nein, sie heißt Shuyoka. 219.000 Follower. Social Blader, das ist so eine Drecksplattform. Ah, ich hab das A vergessen, Digga. Kaiser, so ein... Ah, ich hab Shuyoka geschrieben. Oh mein Gott. So, ist es die? 219.000 Follower. Total Follower's Weekly. 13.000 gemacht, 9.000 verloren. Hä, was ist denn da passiert? August 2023. Monthly... Monthly Gain Followers. Ah, tatsächlich, warte mal, Webcam war ganz kurz runter. Da war es die ganze recht flach. Dann war, okay, Corona. Ah, na, das war noch, Corona war hier. da ist abgeflacht. Dann war immer noch 220, immer noch 220. Na, das ist überhaupt nichts. Das ist überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht, wer bei uns angefangen hat. Hier ungefähr. Hier ungefähr wahrscheinlich. Da hat sie relativ bald wieder Follower verloren. Jetzt verliert sie immer noch Follower. Wahnsinn. Wahnsinn. Naja, warte mal, ich geh hier wieder so. Post über mich gemacht. Richtig? Über mich. Wo sie gesagt hat, dass ich sie schlagen möchte. Weil ich gesagt habe, ich würde klatschen in die Hände. Dann läufst du durch die Stadt und ich klatsche. Und ich glaube, selbst da, Doni, wirst du ja realisieren, dass das aufs Held... Junge, jetzt mit dem fucking, mit dem fucking Bots in meinem Stream. Danke an meinen Mords in dem Stream. Mit dem Klatschen bezogen war. Also wie kannst du von mir verlangen, Doni, mir nicht noch einen Account zu machen, indem ich mir dann die Tweets von der Shoyoka anschaue, indem sie Rufmord gegen mich betreibt. Im Grunde. Also in welcher Regel... Block jetzt einfach diesen Domi. Was soll er da machen? Lieber Doni, lebst du denn da gerade? Ist doch mein gutes Recht, ihre Tweets zu lesen, wo sie über mich solche Dinge behauptet. So, dann haben wir hier noch einen Tweet von dem Doni. Hashtag Munte. Möchte ihr ja angeblich die Hände reichen, Friedenspfeife rauchen, auch wenn sie es ja eigentlich... Aber rauchen ist ungesund, ja. Also der möchte sie hier... Ich verdient habe. Er schließt diesen herablassenden Schmutz ab mit dem NS-Slogan Jeden das Seine. Das ist der NS-Slogan. Jeden das Seine. Der NS-Slogan, so wie ich ihn kenne. Also ganz klar, also jedem das Seine. Es ist eine Sache, wenn ich das höre, boah, da habe ich direkt Flashbacks an den Geschichtsunterrichten und sowas. Da denke ich direkt hier an die 1940er, 50er damals. Wenn es jedem das Seine tatsächlich sagt, bei vielen Undercover, diese Schläfer, die Sleeper oder unter uns, die ganzen Spionagespione und sowas, die wachen auf und dann auf einmal der holt eine Luger 1911 raus, falls es das überhaupt gibt, wahrscheinlich eher nicht und dann fängt er an zum Schießen. Wahnsinn. Slowclap. Slowclap? Ich möchte nichts sagen, ja? Aber heilig beängstigend, heilig beängstigend gerade. Ist diese Bubble verseucht? Um Gottes willen. Wusstet ihr, dass Hitler auch mal Brot gegessen hat? Wir sind so verloren, Schatz. Wir sind so unfassbar verloren. Wir sind wirklich so unfassbar verloren. Du hast schon gewusst, dass der Tweet scheiße ist, wenn er anfängt mit Hashtag Monte. Kann mich bitte jemand ganz kurz wecken, weil das kann doch nicht die Realität sein. Also ich muss aus meinem Vokabular jedem das Seine streichen, weil das in einer Art und Weise mal in der Nazi-Zeit ein Slogan warf. Habe ich wieder was dazugelernt. Danke dir, lieber Doni. Wird generell kein Deutsch mehr sprechen. Deutschland ist so verloren. Deutschland ist wirklich so unfassbar verloren. So unfassbar verloren. Und mit solchen Menschen kannst du halt auch nicht argumentieren. Und ich bin froh, dass solche Leute in der Schioka-Bubble sind und nicht in meiner Community. Ist das unfassbar schlecht. Ich glaube, wir alle wissen ganz genau, dass wir uns von jeglicher Nazi-Scheiße distanzieren. Aber ich habe zufälligerweise, gerade jetzt, nicht neben mir im Stream eine Liste liegen, wo irgendwelche ver... NS-Sprüche aufgelistet sind, die ich in meinem Vokabular, während ich streame, nicht aussprechen darf, weil... Ja, tut mir leid, lieber Doni, dass mir das nicht bewusst war. Die Liste habe ich hier gerade zufällig nicht liegen. Ich bin sprachlos, weil man wirklich das Gefühl hat, dass man im anderen Universum lebt, in einer komplett anderen Welt. Also ich habe schon viele Diskrepanzen im Internet gehabt, aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, wirklich in der ganzen Zeit, dass man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen könnte. Aber hier habe ich wirklich das erste Mal... War tatsächlich im Motto am Eingangstor des Häftlingslagers des KZ Buchenwald verwendet. Also, dass ihr das wisst, das... Das wundert mich allein schon. Das wundert mich allein schon. Also ich bin selber jemand... Ich war in... Wir waren in Mauthausen letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres. Oder bin ich deppert? Ja, wir waren in ein paar Städten, auch in Österreich und sowas. Sehr interessant und sehr wichtig, meiner Meinung nach, dass man sich das auch... Wunder, danke schön, dass man sich das auch mal anschaut und auch irgendwie die... Weißt du, du lernst da über... Also in der Schule was und du siehst da vielleicht was im Internet und so weiter und so fort. Aber halt, wenn du wirklich mal dort bist und dort mitbekommst, erstens, wie riesig das ist und zweitens, wie präsent das immer noch ist. So 1900... Ich sage jetzt mal, 50 ist nicht so lange her. Also es war nicht so lange her. Weißt du, was ich meine? Und... Ja, keine Ahnung. Also, ich habe davor noch niemals mitbekommen, dass das ein Slogan ist und ganz ehrlich, ich werde das auch wieder vergessen, weil das einfach ein normaler Ausdruck ist, meines Empfindens oder meines Wissens nach. Aber, ähm, falls das irgendjemand schlecht auffasst oder sonst was, dann tut mir das schrecklich leid. Ey, ich habe davor noch nie was gehört. Ich habe das Gefühl, dass man wirklich, wirklich nicht auf den gemeinsamen Nenner kommt und da auch gar nicht von der Gegenpartei gewünscht ist, dass man das Thema irgendwo nicht beiseite legt, aber dass man wirklich mit einem Privatgespräch die Diskrepanz... Das ist eigentlich bekannt. Ich habe das... Real Talk. Real Talk. Wenn ihr das wisst, nice. Aber... ...irgendwo aus dem Internet schafft. Und das hat man ja jetzt auch mehrfach versucht. Schon mal überlegt, dass die von Fitna profitiert? Also ich kann dir eine Sache sagen, lieber Rusty. Und das ist auch der Grund, sage ich dir ganz ehrlich, warum ich diesen Schritt auf Showworker zugemacht habe und ihr in den Chat geschrieben habt. Dann sagen wir es so, dann werde ich es nicht mehr verwenden, aber wenn ich es verwende, dann ist es totally not... Weißt du, ich bin jetzt 25 Jahre auf der Erde, ich habe das noch nie gehört. Und wenn man sich eventuell die Hände reichen sollte und ein Privatgespräch führt. Und das ist auch nichts, was ich witzig finde. Sonst hätte ich nicht diesen Schritt gemacht. Ich bin selber eine Person des öffentlichen Lebens. Und ich weiß selber, wie es ist, wenn man Kritik bekommt. Und ich weiß selber, wie es ist, wenn man sein Handy aufmacht und die ganzen Nachrichten gehen nur um ein Thema. Man kriegt Hate, man kriegt beleidigende Kommentare. Ich war selber schon oft in schwierigen Situationen im Internet. Und ich habe es geschafft, aus diesen Situationen rauszukommen, indem ich selbst reflektiert habe, mir meine Fehler eingestanden habe. Und ich stehe mittlerweile seit 10 Jahren in der Öffentlichkeit. Und ich bin halt eine sehr pulsierende Person und habe auf jeden Fall, auf jeden Fall auch viele L-Tags in der Vergangenheit gemacht, wofür ich mich bei meiner Community entschuldigt habe. Und das auch aufrichtig. Aber in der Position, wo Shoyoka gerade ist, das wünsche ich nicht mal meinem schlimmsten Feind. Und ich weiß es, aus eigener Erfahrung, mental, psychisch, depressionsmäßig, knallt das bei ihr gut rein. Möchte ich das für sie? Auf gar keinen Fall, Digga. Weil sie ist immer noch ein Mensch. Sie hat Dinge gemacht, die ich im Internet nicht feiere. Aber sie ist immer noch ein Mensch, die Gefühle hat, die einen Kopf hat, die viel nachdenkt. Und an einigen Punkten tat sie mir einfach leid. Ich stehe hinter vielen Dingen, die sie im Internet sagt, nicht. Und finde das auch nicht in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl, dass man an einem Punkt eigentlich angekommen ist, wo man eventuell einfach sich die Hand reicht und in Anführungszeichen sich die Hände reicht. Aber ihre Aktionen da drauf sind, dass sie immer weitermacht, immer komische Takes bringt, wie zum Beispiel jetzt vor zwei Tagen, dass ich sie angeblich schlagen möchte, wo wir alle wissen, dass es eine Falschaussage ist und Rufmord. Und das Einzige, was sie dem beizutragen hat, ist, weiterzutweeten und sich nicht den Fehler einzugestehen, dass man vor seiner Follower-Schaft von 70.000 Leuten Onkel Monte als jemanden darstellen möchte, der sie schlagen möchte. Und das habe ich auch gemeint, by the way, mit der Sache mit Dara zum Beispiel, dass du halt differenzieren musst, ob, also zwischen der Privatperson und zwischen der Person des öffentlichen Lebens, weil es ist nicht selten vorgekommen, dass ich zum Beispiel ein Video über irgendjemanden gemacht habe und dann ist die Person auf mich zugekommen und hat einfach so geschrieben, so ja, keine Ahnung, vielleicht sogar gutes Video oder halt, ja, Video, der hat mir jetzt nicht so gefallen, aber so, ich werde mir die Kritik zum Beispiel auch zu Herzen nehmen und sowas hat es auch schon gegeben. Und da fällt dir dann auch einfach mal wieder auf, so das, was du im Internet siehst, ist halt nicht, bei weitem nicht alles. Weißt du, was ich meine? Also ich stream jetzt gerade, es ist 19,22 und so, da machen wir ein paar Reactions und sowas und dann gehe ich offline und dann fahre ich nach Hause und dann penne ich einfach und so, davon kriegt ihr halt nichts mit, aber in der Zeit passieren halt auch Dinge, wo ich Kommentare lese oder wo ich, weiß nicht, andere Videos schaue und so weiter und so fort. Es ist ganz einfach wichtig, dass man nicht den Respekt vor einer Person verliert, aber es ist natürlich schwieriger, wenn der, wenn von der Person solche Sachen ausgehen. Und das ist doch genau das, was sie von uns allen erwartet, dass wir sie nicht blamen vor einer großen Öffentlichkeit oder nicht über sie reden vor einer großen Öffentlichkeit. Woher weißt du denn, Shuyoka, nachdem du mich als Frauenschläger oder mutmaßlichen Frauenschläger vor deiner Community bloßgestellt hast? Woher willst du denn nicht wissen, dass Leute mich daraufgehend auch als, äh, noch beleicht haben oder als, als Wisser oder noch schlimmer? Du machst doch genau das gleiche mit diesen Twitter-Posts. Beschwerst dich aber, dass ich die Thematik bei mir im Stream aufarbeite. Ja, tut mir leid, dass ich eine größere Zuschauerschaft habe. Was soll ich machen? Ich suche mir meine Zuschauerzahlen nicht aus. Ich hätte über die Thematik heute geredet, hätte ich 10.000 Zuschauer gehabt. Ich rede über die Thematik auch, wenn ich 30.000 Zuschauer habe. Weil das ist ein offensiever Vorwurf. Ich dachte jetzt so, oder wenn ich 10 habe, damit war 10.000 die kleinere Zahl. Mir gegenüber ist. Und du machst das vor 70.000 Followern, hä? Das ist so unfassbar. Und das aus meinem Mund zu hören, das ist so unfassbar, die Doppelmoral. Da fasse ich mir einfach an die Sternen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass für dich, liebe Shoyoka, der beste Weg ist, indem man sich die Hände reicht und Frieden schließt. Aber ich werde mir nicht von dir solche Dinge im Internet sagen lassen. Und solltest du irgendwelche komischen Sachen im Internet weiterhin sagen, die für gefühlt 95% der Leute, die es sehen, auf jeden Fall etwas ist, womit sie nicht einverstanden sind, dann werde ich auch weiter mir die Dinge angucken, weil das etwas ist, was mich auch interessiert. Also auch mal vielleicht ein wenig selbst reflektieren, liebe Shoyoka. Und das wäre in dem Fall wirklich auch mal der erste Schritt, wo man sehen würde, dass es wirklich soweit bei dir ist, indem man sich dafür entschuldigt, mir zu unterstellen, ich hätte dir angedroht, dich zu schlagen zu wollen. Und das weißt du, Shoyoka, das weißt du, dass das eine Lüge ist und dass das ein schwaches Argument ist deinerseits. Und nur weil irgendwelche Leute aus deiner Community dazustimmen, weißt du selber, dass das eine Lüge ist, die du getätigt hast. Und da ist es an der Zeit, sich für zu entschuldigen, aus meiner Wahrnehmung. Aber... Ich finde das dann auch weird, dass Leute hinter solchen Takes stehen, weil im Endeffekt, viele Leute stehen ja hinter Shoyoka, einfach um hinter Shoyoka zu stehen, weißt du, was ich meine? Wenn ein Alpenkevin jetzt irgendeinen richtig blöden Take hat, dann würde ich auch also entweder ich sage halt gar nichts dazu oder ich sage dazu, yo, das war ein richtig blöder Take. Weißt du, was ich meine? Aber ich würde jetzt nicht sagen, so yo, krasser Take und so, so hätte ich jetzt genauso gebracht. Weil im Endeffekt, keine Ahnung, du musst dich halt an deinen eigenen Prinzipien, musst halt festhalten, egal um wen es geht, weil sonst kommt das halt irgendwann wieder auf dich zurück. Und sonst sind da irgendwelche Clips dann von mir, wo es heißt, ah, schau mal, ich habe den Alpenkevin hier in der Situation verteidigt und in einer anderen Situation habe ich aber auf ihn anderen draufgehauen. Kann natürlich passieren, zum einen, weil man sich halt selber mit der Zeit halt weiterentwickelt und dann halt vielleicht eine andere Perspektive auf die Dinge bekommt und zum anderen natürlich auch, weil man Sachen vielleicht in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich deutet oder wahrhaben möchte oder, weißt du, du bist eh schon komplett so verfressen auf eine, also so angefressen auf eine Person und dann sagst du ja und dann hat er das auch noch gesagt und sowas, dann ist es natürlich ein erweiterter Zorn, den du so hast, aber muss man trotzdem, muss man trotzdem machen und wenn mir sowas passiert, dann fasst mir da gerne an die Nase, also na, warte mal, fasst, ja genau, fasst mir gerne auf eure Nase, wie ist das, was ich meine und ja, genau. Mach, was du möchtest. Beschwer dich dann aber nicht am Ende des Tages, wenn jeder über dich redet und du dich deine Ruhe hast. Mit solchen Tweets kriegst du keine Ruhe. Sorry. Und ich war in diesem Stream, liebe Scho-Joker, respektvoll, ohne Beleidigung und sage es auch noch mal, niemand von euch hat das Recht, Scho-Joker zu beleidigen, ihr schlimme Nachrichten zu schreiben oder ähnliches. Das Einzige, was ich euch zugestehe und was ihr machen dürft, ist, aus meiner Wahrnehmung, ihr dürft Menschen kritisieren, solange diese Kritik keine Beleidigung oder ähnliches beinhaltet. Kritisieren darf jeder jeden, gerade in der Öffentlichkeit und es wird nichts daran ändern, liebe Scho-Joker, dass du denkst, Kritik prallt bei dir ab, wenn du mich blockierst. Denn du wärst natürlich, Scho-Joker, Kritik bekommen, wenn du den größten Streamer, den größten Influencer in Deutschland gefühlt, unterstellst, er würde dich schlagen wollen, weil er gesagt hat, bin dir das Ding um den Kopf, lauf damit durch die Stadt und ich klatsche. Also wenn du solche... Ja, das wär wahrscheinlich bei jedem passiert, aber bei Onkel Monte, er hat natürlich diese Reichweite, um das nochmal klarzustellen und dann ist sowieso... Also ich weiß nicht, was die Experten hat. Komische Takes bringst, dann musst du dich wundern, wenn du Kritik dafür bekommst. Sie hofft natürlich auch die ganze Zeit drauf, sie schaut ja auch meinen Stream, sie hofft natürlich auch die ganze Zeit drauf, dass ich irgendwas sage, wofür sie mich auch sperren lassen kann auf Twitch. Aber liebe Scho-Joker, ich trinke kein Alkohol, schon seit elf Jahren jetzt und all das, was man nicht verlässt, ist wohl überdacht und auch erwachsen. Echt, seit elf Jahren? Seit 2012? Monte, ich wusste das nicht, ich wusste nicht, dass Monte, seitdem er YouTube macht, Monte macht seit 2014 YouTube, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist real, real talk. G-Shit, oder? Wir enttäuschen. Und jetzt, liebe Scho-Joker, das nimmst du dir schon seit zwei Tagen vor, jetzt kannst du dich gerne auch aufs Sofa setzen und dein Herr-der-Ringe-Marathon machen. Denn ich habe fertig. Wieso klagst du nicht einfach? Das möchte ich nochmal einmal ganz kurz abschließend sagen. Ich halte mir die Option offen, gegen Scho-Joker gerichtlich vorzugehen oder anwaltlich gegen vorzugehen. Aber andererseits habe ich da natürlich eine Frau, die komische Dinge über mich im Internet verbreiten möchte, mit denen ich in keinster Art und Weise in Verbindung stehe oder nie gesagt habe und mich natürlich auch vordistanziere, egal wer das macht, nämlich, dass ich sie schlagen wollen würde. Andererseits habe ich da eine Frau, die im Internet sitzt irgendwie und erzählt, dass sie finanziell am Arsch ist, kein Geld mehr hat, keine Placements mehr bekommt und ja, schon mit... Sie hat Löwenanteil, läuft, bilde ich mal ein, bei ihr im Stream, äh, Holzkern? Ich weiß nicht, was noch. Sie hat einen Adapt-Stuhl, den gleichen wie ich. Dem Leben zu kämpfen hat. Und am Ende des Tages bin ich auch nur ein Mensch, sage ich euch ganz offen und ehrlich. und natürlich, fuck mich das ab, was sie da macht, aber mein Gewissen ist rein. Und bevor ich ihr jetzt den nächsten finanziellen Stoß gebe, hoffe ich am Ende des Tages, dass sie vielleicht auch mal endlich ein bisschen selbst reflektiert und wenn, selbst wenn es nur eine private Entschuldigung ist und ich sage, ich sage euch auch ganz offen und ehrlich, lieber Leis im Chat, sage ich auch ganz offen und ehrlich, mein Anwalt hat Besseres zu tun, als eine arme Kirchenmaus noch ärmer zu machen. Der hat genug andere Dinge zu tun. Warum soll ich mich an jemanden, der schon am Boden ist, noch begötzen und irgendwie noch weiter drauf reintreten? Das liegt mir irgendwie fern. Vielleicht überle... Also ich halte mir die Option offen, wenn da jetzt noch weitere L-Tags kommen mit der Behauptung, ich hätte sie schlagen wollen, dann reicht es mir auch irgendwann mal, aber so... Wir wissen alle, dass es offensichtlich Quatsch von ihr ist. Jetzt gerade, wo ich merke, dass meine Pommes kalt sind, habe ich doch Bock, sie anzuzeigen, Mann. Die sind nämlich wegen dir kalt. Nein, das war natürlich ein Spaß. Showjoker, das war Humor, ne? Nicht wieder ein Tweet machen, das war Humor. Okay, ich habe gelacht, war offensichtlich ein Show. Ja, der war da... Der... Ey, es war ein gutes Video. Also da kannst du halt auch wirklich kaum was falsch machen in der Situation von Onkel Monte. Ja, ich weiß da nicht, was ich davon halten soll. Also... Anders, anders als, dass du sowas absichtlich provozierst, kann ich es mir kaum noch einreden lassen, weil für mich hat das einfach... Weißt du, das hört sich halt einfach danach an. Und sie wird jetzt sicher... Sie hat jetzt sicher auch noch nach diesem Video nochmal irgendeinen Tweet gemacht oder nochmal irgendein... Entschuldigung, ist im Livestream drauf eingegangen und so weiter. Soll sie machen. Ah ja, genau, hier. Ach so gut, na, das ist eine Reaction auf irgendwen. Aber ich weiß das nicht. Ich weiß nicht. Also wenn es wirklich finanziell so schlecht geht und sie alle ihre Partner verliert und das ganze Zeug und sowas, das gönne ich niemandem. Gut, es gibt ein paar Leute, die nicht das gönnen, aber die machen auch wirklich komplett Blödsinn. ähm, also menschenverachtenden Stuff und sowas. Aber, ähm, ja, vielleicht einfach mal einen anderen Weg einschlagen als der, der seit eineinhalb Jahren nicht funktioniert. Bis zum nächsten Mal, Nein,